Moin Flatsi, ein kleines Transfer-Update. Enzo Lefe von FC L'Oriente, sondern gebe ich zu Borussia Dortmund und wechseln. Dortmund möchte ich den Spieler gerne als Bellingham-Ersatz haben. Der Spieler hat noch einen Vertrag bis 2024, will diesen auch nicht verlängern. Und es steht eine Ablöse im niedrigen zweistelligen Millionenbereich im Raum. Man darf gespannt sein, was passiert. Ciao, ciao.